Hey moin Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe einen Kanal aufgemacht und so. Wollte man, wollte so Kanale aufmachen, YouTuber sein. Hier, ich zeige euch mal meine Villa. Hier, die hier, also die weiße und die da. Da sind Mercedes. Sieht eigentlich ganz gut aus. Da hinten, ich habe bei der Villa einen Swimmingpool. Also ich habe einen Pool da im Garten, richtig großen. Da springe ich immer rein und verletzt mich. Ja und, ich bin gerade mit meinem Geschenk hier, aber will nicht auf YouTube sein. Ich weiß auch nicht wieso. Ja, das war es mit dem Video. Ciao. Tschüss.